Musik Mein Name ist Markus Schwarz, bin 36 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich bin hier in der Wernerstgrüner Brauerei GmbH als Braumeister tätig und betreue die Abteilung Sudhaus und Gärung Reifung und habe noch als große Aufgabe die Ausbildung zu betreuen. Die Brau-Gruppe ist ein guter Arbeitgeber, da hier viel auf die Menschlichkeit geschaut wird. Das heißt auch, dass es nicht nur um das Produkt geht, sondern auch um den Menschen. Und auch die Flexibilität, was mir persönlich sehr wichtig ist, auch mit meinem Privatleben. Und auch das Vertrauen von meinen Vorgesetzten, was mir hier entgegengebracht wird. Die Modernität, da wird immer viel investiert, das heißt wir sind immer auf dem neuesten Stand der Technik. Also für mich ist Leistung hier in der Brau-Gruppe sehr wichtig. Das heißt, ich verbinde es damit, dass ich versuche aus den ganzen Rohstoffen, die wir hier in der Wernerstgrün haben oder in der Brau-Gruppe haben, immer das Beste herauszuholen. Und ich sehe es aber auch von der Seite der Menschlichkeit. Das heißt, ich gehe auf jeden Menschen ein und möchte ihn auch dementsprechend gut behandeln.